Niedersachsen 2021, das ist die große Allensbach-Umfrage im Auftrag der Drei-Quellen-Medien-Gruppe. Volker Schmidt ist hier bei mir, Geschäftsführer der Drei-Quellen-Medien-Gruppe. Und in diesem Video wollen wir uns mal genauer ansehen, wie die 1337 Befragten die wirtschaftliche Entwicklung einschätzen. Und da muss man sagen, Herr Schmidt, es sind schwere Zeiten für Optimisten. Schwere Zeiten für Optimisten, was wir sehr gut an einem Chart sehen können, den wir aufbereitet haben mit drei Umfragen. Wir haben also schon seit Oktober gefragt. Und hier stellen wir schon allein zwischen Oktober und Dezember einen doch rapiden Optimismusverfall, ich sag's mal so, im Hinblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung fest, von 36 auf 45 Prozent. Und das hat sich dann im Februar noch einmal manifestiert, mittlerweile ist es nahezu jeder zweite Niedersachse, der erwartet, dass es vorläufig nicht wieder aufwärts geht, sondern in den nächsten sechs Monaten sogar weiter abwärts. Das heißt, der Pessimismus hat im letzten halben Jahr noch einmal deutlich zugenommen. Und nur jeder fünfte Niedersachse geht eigentlich davon aus, dass wir, ich sag mal mit Blick auf das nächste Jahr, auf das nächste halbe Jahr von einem spürbaren Aufwärtstrend reden können. Interessant dabei ist, dass der Optimismus, den wir doch allen Teilen im Augenblick sowohl von der Politik als auch von den Wirtschaftsforschungsinstituten geliefert bekommen, hier ausdrücklich nicht geteilt wird. Die Niedersachsen sind deutlich skeptischer. Und wenn man sich jetzt die Zahlen hinter den Zahlen anguckt, fällt vor allem eines auf, ist es die Generation Mitte. Es sind die 30 bis 59-Jährigen, die ausgesprochen skeptisch sind im Hinblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Nun ist das nicht irgendeine Gruppe, sondern es ist sozusagen die Generation, die, ich sage mal, nicht nur 40 Prozent, mehr als 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Es ist die Generation, die ungefähr 80 Prozent der steuerpflichtigen Einkünfte erwirtschaftet. Niedersachsen, 3,4 Millionen Niedersachsen. Also schon eigentlich auch für die weitere wirtschaftliche Belebung und für die Konsumentwicklung die wichtigste Zielgruppe. Jetzt fragen wir, Herr Schmidt, mit Sicht auf sechs Monate voraus. Wenn wir mal wirklich weit voraus gucken, wie sieht das Bild da aus? Wir haben auch das gefragt. Und auch das ist hochinteressant, dass nämlich von denjenigen, die sagen, es geht weiter abwärts. Wir haben keinen Optimismus. Zwei Drittel sagen, also fast 65 Prozent sind es, der Absprung wird noch lange andauern. Wir sehen dieses Jahr kein Licht am Ende des Tunnels. Wir werden es frühestens 22, wenn nicht erst 23 sehen. Das ist insoweit beängstigend, weil noch einmal, das ist die wirklich auch für die weitere wirtschaftliche Entwicklung relevante Zielgruppe. Und wenn die so pessimistisch sind, dann hat das konjunkturelle Folgewirkungen. Wir sprechen von Vorsorgesparen, von Angstsparen. Wir halten uns zurück bei größeren Neuanschaffungen. Also wenn diese Gruppe sagt, ich bin eher skeptisch, ich bin zurückhaltend, wirkt das unmittelbar auf die Konjunktur zurück, auf die Konsumhaltung und schlussendlich auf die weitere binnenwirtschaftliche Nachfrage. Also deutliche Tendenzen nach unten in den vergangenen Monaten und auch der Blick auf die Unternehmen ist eher skeptisch. Lassen Sie uns mal zusammen auf die Frage schauen, die wir gestellt haben. Wie groß ist Ihr Vertrauen, dass die Unternehmen hier in Niedersachsen gut durch die Krise kommen? Ja, spiegelbildlich eigentlich zu dem zunehmenden Pessimismus im Hinblick auf die Frage, kriegen wir im nächsten halben Jahr den Turnaround, kann man auch hier sehen, dass das Vertrauen in die Unternehmen doch sehr stark gelitten hat. Wir haben im Oktober, wir haben ja auch hier über einen längeren Zeitraum gefragt, im Oktober eigentlich noch relativ mehr optimistische Stimmen gehabt. Ein ausgeprägteres Vertrauen in die Unternehmen, sie werden schon irgendwie die Krise durchstehen. Das ist komplett gedreht, von 40 auf 50 Prozent negative Stimmen und es hat sich sogar seit dem Jahreswechsel noch einmal manifestiert. 51 Prozent der Niedersachsen sagen wenig Vertrauen, nur 39 Prozent sagen, ich habe großes Vertrauen. Auch hier kann man sehen, die Niedersachsen richten sich in der Mehrheit darauf ein, dass wir es mit einer längerfristigen Wachstumsschwäche zu tun bekommen. Das Vertrauen, die Unternehmen kommen irgendwie noch gut durch die Krise, hat komplett gedreht. Und man muss auch feststellen, dahinter steht die wachsenden Kollateralschäden. Die wachsenden wirtschaftlichen Kollateralschäden, die zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung eine große Rolle spielen. Stichwort Einzelhandel, Stichwort Gastronomie, Stichwort Hotellerie, viele Betriebe, die eine längere Schließung nicht überleben werden. Und dass gerade auch hier die Politik am wenigsten, ich sage mal, auf Verständnis stößt bei den Maßnahmen, die ergriffen werden, das werden wir in einer anderen Umfrage noch einmal feststellen. Wir schauen noch mal ganz kurz darauf, was die Forscher von Allensbach an der Stelle eigentlich formuliert haben. Da heißt es, die Mehrheit der niedersächsischen Bevölkerung ist mittlerweile skeptisch und geht von enormen Kollateralschäden für die niedersächsischen Unternehmen aus. Wie sieht es eigentlich mit dem Vertrauen in die Verwaltung aus und zu welchen wirtschaftlichen Problemen führt die Corona-Krise am eigenen Arbeitsplatz? Auch dazu haben wir Zahlen zu sehen in weiteren Videos auf der Rundblick-Website und natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.